Daumen mal, psst, psst. Wenn du einmal ruhig isst, dann will ich schlafen. Ich auch, mit meiner Frau. 130, seine Schlafgeschwindigkeit. Sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und Tim? Er ist im Auto und schläft. Halt! Nein! Wir sind hier in der Schweiz. Hier klaut man keine Babys. Shit, da ist ein Baby. Ich hab es eine Minute allein gelassen. Tu mir den Gefallen und halt wenigstens den Mund. Du irgendetwas! Wir schicken jemanden vorbei, sobald deine Streife frei wird. Ich geb Gas. Das war das letzte Mal, dass ich Zigaretten gekauft hab. Ich schwör's. Bring das zum Schwägen! Wieso ich? Du bist die Frau! Du bist der Idiot, der Babys klaut! Der Kreis macht mich immer scharf. Machen Sie Hilfe! Nein, nein, der Kleine fragt frische Luft. Dem wird immer schlecht beim Autofahren. Sie stillt noch. Wenn er wieder bei uns ist, dann darf er jede Nacht durchschreiben. Ha! Ich hab Angst, dass er ihn zum Schreien bringt. Kann ich mir nicht vorstellen. Marco, das ist ein Krimineller. Koffer am Link frischen. Ja! 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 Ja!